Dir geht's schon wieder gut zur Sache, sag ich dir. Geht schon wieder gut ab. Hut ab vor dem Gut ab, Alter. Und was ist jetzt los, Basti? Hä? Was soll los sein? Hubertus Tropfen ist joining. Ja, Faul und mein Name sind nicht working. Paul ist richtiger Tobia und ich heiß Trumpet Torste. Hä, das ist doch ein normaler Name, Basti. Torste? Wolltest du deine Kinder nicht Trumpet Torste nennen? Mein Trumpet. Der ist knowledging, Alter. Der ist knowledging. Was geht denn hier? Ich hab First Blood gegeben. Korina, der delivered hier gleich mal ein paar massive Tubes. Meinst du Pizza Delivery geil? Ist der eigentlich gestorben oder warum gibt's den nicht mehr? Die sind übrigens oben beim Börs. Was ist denn das, Alter? Die sind überall oben. Und Nowhere sind die übrigens auch. Überall und Nowhere. Okay, jetzt weiß ich, wo der kämmt. Räck deinen hässlichen Kopf nochmal raus und ich töte dich, du. Sohn eines Bonsen. Runter. Sohn eines Bonsen. Das könnte fast ein Sami-Spruch sein. Ich fand das nur geil auch bei dem Abi-Video, Paul. Oder wo er mal irgendwelche Sprüche abgelassen hat. Die Reichsittler-Kamera. Obwohl er dann irgendwann hörst, Alter, in die Scheiß-Fresse. Der hat das bestimmt aus gutem Grund gesagt, ey. Der hat sowas eigentlich immer nur aus guten Gründen gesagt. Jetzt geht's los, Alter. Wieso zockt man? Guitar 21 mit Rotpunkt Wieso? Wieso? Wieso meine ich. Ey, jetzt reicht's. Ich hab jetzt hier Angst halten, ey. Ich brauch noch einen Kiff für den Payflow. Deswegen muss ich hier gerade mal einen Chat rumschreiben. Oh, die chillen alle da drinnen. Wer ist so dumm, taucht auch der mit einem Notfallabbruch raus. Vor allem von denen. Das ist ja das Geilste. Wo soll denn der hingehen? Komm, den gönnen wir uns, Alter. Den gönnen wir uns. Ja, nicht mehr. Ah, scheiße, die garten die. Die garten. Ich gönne mir jetzt einfach die Typen, die sich das holen wollen. Die eiserne Garde, ey. So mehr oder weniger, ja. Ja, ich hab hier gerade drei Kills oder so geholt. Aber wie schlecht der ist. Wenn jemand able ist, die Kissel zu holen, hol ich sie mir. Kontodrohne nehm ich gerne geschenkt. So, jetzt wird hier spawnen. Jedes Dröhnchen gibt ein Tönchen. Jedes Dröhnchen, Alter. Dröhn dich mal nicht so zu, ey. Gedroht. Alter, mein Payflow, der regelt schon wieder. Der räumt schon wieder ab. Abräumen halten. Kennst du das Abräumkommando? Von Flying Hubertus? Hubert, ey, das ist auch so ein dummer Name. Die haben geschützt da hinten. Ja. Lol, warum haben die dann geschützt und warum weiß ich davon nix? Und wieso kann ich mir das nicht tun? Boah, die kommen alle, die kommen alle, die kommen alle. Yo, flash me more. Bin ich total behindert? Oder einfach nur dumm? Es haben uns gegenseitig Konter-Tronen, in denen man es rammelt. Flying Hubertus, da ist genau neben dir einer. Äh, das war das Fail, Alter. Nein! Schon wieder DT-Networks, Alter. Das geschützt ist immer noch online. Ja, dann flamet das doch mal. Geschützt ist auf der Map echt nice. Was, so Hölter, warum geht der nicht drauf? Alter. Ist das geschützt noch still da, ey? Ja, da steht er noch. Du musst aufpassen, hier unten ist gefährlich. Richtig, oh Tobias. Claymore one. Ich rape grad im Spawn, wer macht mit? Hau, meine UAVs für euch raus. Hau raus. Ich rape hier grad im Spawn. Das ist scheiß geschützt, Alter. Geht das auch irgendwann von alleine kaputt? Ja. Alter, wie die durchgerapet werden, Alter. Von vorne bis hinten, Alter. Mein Schwanz, der steckt tief in denen drin. Tief halten, sag ich doch manchmal. Not even close, Alter. Wenn man mal kein Kommando dabei hat. Die blieb on. Tja, damit hast du nicht gerechnet mit meinen Camper Skills, ey. Was ist denn das für ein Uwe? Uwe Hans Wostron. Verbündete Preser der Drohne im Anflug. Noch einer. Area outcoming. Arrier kommt. Gut. Wir dominieren die gerade. Ich hab schon wieder keine Munition mehr. Schade. Hill, 2, 3, 4. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich hätte die noch weiter dominieren können. Alter, das war ja Rampage, Alter. Hitmapper. Weil guck mal, wie die da alle gammeln. Ja, da komm ich gerade von der Seite. Wie immer. 27, 4. Ist, glaube ich, okay, oder? Mhm. Bertus Tropfen. Akzeptabel. Wermut Tropfen, ey. Die solltest du mal nehmen, Basti.